Ja, herzlich willkommen zum Live-Media-Update für Sonntag, den 19. März 2023. Heute wieder mit den aktuellen News rund um das politische Geschehen in den Vereinigten Staaten und weltweit. Bevor wir uns jenem Thema widmen, welches derzeit weltweit für Schlagzeilen sorgt, hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten News, die in den letzten Tagen angesichts der sich entfaltenden Finanzkrise etwas untergegangen sind. Vor fünf Tagen berichtete die New York Post, dass das Finanzministerium unter Janet Yellen mit den republikanischen Ermittlern im Aufsichtsausschuss kooperiert und diesen Zugriff auf die als verdächtig eingestuften Banktransaktionen der Biden-Familie gewährt. Zur Erinnerung, die Republikaner unter James Comer nehmen gerade den Hunter-Biden-Laptop und alle darauf enthaltenen Beweise für Bestechung und Korruption zu Joe Bidens Zeit als Vizepräsident und darüber hinaus unter die Lupe. Insgesamt haben die Bidens bei ihren Auslandsgeschäften 13 verschiedene Banken genutzt. Bisher liegen den Republikanern nur die Bankdokumente von einer dieser 13 Banken vor und trotzdem konnten sie bereits die ersten fragwürdigen Transaktionen aufdecken. Dazu der Vorsitzende des Ausschusses, James Comer. Also laut Comer haben sie bereits anhand der von der ersten Bank übermittelten Dokumente verdächtige Überweisungen von der kommunistischen Partei Chinas über eine Briefkastenfirma an die Biden-Familie feststellen können. Das war der Stand Mitte der Woche, doch seitdem wurden weitere Details aufgedeckt, wie viel und an wen die Gelder geflossen sind. Dazu dieses von der New York Post veröffentlichte Schaubild. Am 1. März 2017 überwies der chinesische staatliche Energiekonzern CEFC Energy, der dutzende Male in Hunters E-Mails auftaucht, 3 Millionen Dollar an die Robinson-Walker LLC. Rob Walker ist ein enger Geschäftspartner der Bidens, der früher für die Clinton-Administration arbeitete und dessen Frau die Assistentin von Joe Bidens Frau Jill Biden ist. Walkers US-Firma wurde laut den Ermittlern als ein möglicher Durchleitungskanal für Gelder aus China verwendet, damit auf den Kontoauszügen der Bidens nicht direkt ein chinesisches Unternehmen auftaucht, sondern die Robinson-Walker LLC. Walker war dann dafür zuständig, die Gelder, vermutlich eine Bestechungszahlung, an die Bidens zu verteilen. Einen Tag nach dem Zahlungseingang aus China, am 2. März 2017, überwies er 1,065 Millionen Dollar an die European Energy and Infrastructure Group, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Abu Dhabi, welches von Hunter Biden und seinem Partner James Gillier gegründet wurde. Gillier ist ein ehemaliger britischer Geheimdienstmitarbeiter, der es sich nach dem Ende seiner Karriere zur Aufgabe gemacht zu haben scheint, den Bidens bei ihren Geschäften unter die Arme zu greifen. Wir kommen gleich nochmal auf ihn zu sprechen. Zwischen dem 6. März 2017 und dem 18. Mai 2017 verteilte die Robinson-Walker LLC weitere 1,065 Millionen Dollar an verschiedene Mitglieder der Biden-Familie. Hunter Biden erhielt 610.000 Dollar verteilt auf verschiedene Firmen, die Witwe seines Bruders, Hayley Biden, bekam 35.000 Dollar und bei Joe Bidens Bruder, James Biden, gingen 360.000 Dollar ein. Eine zusätzliche, bisher nicht offiziell identifizierte Person erhielt Mitte Mai weitere 70.000 Dollar. Das ist spannend, denn der eben erwähnte Geschäftspartner von Hunter Biden, James Gillier, schrieb Mitte Mai 2017 in einer E-Mail an Hunter Biden, die auf seinem Laptop gefunden wurde, dass man 10% der Gelder von CEFC Energy, also genau diesem Deal, an The Big Guy abgeben sollte, womit Joe Biden gemeint gewesen sein dürfte. 10% wären 300.000 Dollar gewesen, doch womöglich hat man sich am Ende darauf geeinigt, Joe nur 70.000 Dollar zu überweisen. Andererseits wäre es auch möglich, dass Joe Biden auf bisher noch nicht aufgedecktem Wege von der Robinson-Walker-LSC ausbezahlt wurde, die nach den Überweisungen an die Bidens immerhin noch 869.000 Dollar der 3 Millionen Dollar übrig hatte. War das wirklich Walkers Anteil an dem Deal oder sind weitere Gelder geflossen? Ja, solche detaillierten Auflistungen werden wir in der Zukunft öfter zu Gesicht bekommen, denn diese Transaktionen sind nur einer von zahlreichen China-Deals der Bidens und China ist nur eines von zahlreichen Ländern, in denen sich die Bidens fürstlich bezahlen bzw. bestechen lassen haben. Neu ist zudem die Information, dass neben Hunter und James Biden auch andere Mitglieder der Biden-Familie für den Empfang der Gelder aus dem Ausland eingesetzt wurden. Laut James Comer sind es 6 oder 7 Familienmitglieder, auf die strafrechtliche Ermittlungen zukommen könnten. Wie geht es nun weiter? Ja, so wie man dies von kriminellen Kartellen kennt, schweigen die beiden Familienmitglieder wie ein Grab und würden sich, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, nicht gegenseitig verraten. Nun gibt es aber noch die Geschäftspartner wie Rob Walker, die vermutlich wesentlich leichter aufzuweichen sind. Genau das scheint Comers Strategie zu sein. So wird der Walker in Kürze vorladen und zu den Zahlungen befragen. Dabei soll auch ermittelt werden, inwiefern Joe Biden an diesem Deal beteiligt wurde. Ich vermute sogar, dass Rob Walker einer der vier Geschäftspartner ist, die laut Comer bereits mit den Ermittlungen kooperieren und eine öffentliche Anhörung der Weg sein wird, auf dem Publik gemacht werden soll, dass der aktuelle Präsident Gelder aus China erhalten hat. Spannenderweise ist Hunter Biden aber etwas eingeknickt. Hunter Biden hat sich über seine Anwälte gegen die Vorwürfe gewehrt und behauptet, dass es sein gutes Recht als US-Bürger sei, Geschäfte mit legitimen chinesischen Energiekonzernen zu machen. Ja, und das nachdem er monatelang abgestritten hatte, Gelder aus China empfangen zu haben. Sie wissen, dass die Beweise schwarz auf weiß an die Oberfläche dringen und ihr Lügenkonstrukt in sich zusammenfällt. Deswegen heißt es jetzt, Flucht nach vorne. Nur scheinbar war dieser Schritt nicht mit Joe Biden abgesprochen, denn dieser behauptete gestern wiederum, dass seine Familie keinerlei Gelder aus China erhalten habe. Und das, obwohl den Republikanern die Dokumente vorliegen. Ja, Biden ist der Meinung, dass die Skandale einfach weggehen, wenn man sie vehement bestreitet. Doch diese Zeiten sind vorbei und das wird er bald herausfinden. Sogar bei CNN berichten sie über die Zahlungen an die Bidens, wohl wissend, dass dieser Skandal zu groß ist, um totgeschwiegen zu werden. Das sieht gar nicht gut aus, sagt die CNN-Moderatorin. Ja, und das sind nur die relativ offensichtlichen Banktransaktionen aus der Vergangenheit. Für ihre aktuellen Geschäfte dürften die Bidens andere Methoden wählen. Wie wir wissen, ist Hunter Biden zu Beginn von Joes Präsidentschaft urplötzlich zu einem begnadeten Künstler aufgestiegen, dessen Gemälde für eine halbe Million Dollar plus den Besitzer wechseln. Genau deshalb nimmt Koma als nächstes Hunters Kunsthändler in die Zange und fordert eine Auflistung aller Personen an, die seine Gemälde gekauft haben. Denn bei solchen Summen muss angenommen werden, dass sich die Käufer mit den vermeintlichen Kunstwerken auch politischen Einfluss kaufen können. Und dies hätte nochmal eine andere Gewichtung, da so auffliegen würde, dass sich der aktuelle Präsident von links und rechts bestechen lässt, während sein Land auseinanderfällt. Also, die Wände rücken näher und wie reagieren die Bidens darauf? Nun, zum einen verklagt Hunter Biden den Computer-Reparaturspezialisten John McIsaac, der seinen Laptop an Rudy Giuliani gegeben hat. Dabei beruft er sich auf sein Recht auf Privatsphäre, aber um ehrlich zu sein, lässt ihn das noch verdächtiger aussehen. Zum anderen versucht die Biden-Administration den Spieß umzudrehen und Ex-Präsident Trump ins Scheinwerferlicht zu zerren. So gab Trump selbst gestern bekannt, dass er in zwei Tagen verhaftet werden könnte, weil es die Korrupte, von den Demokraten kontrollierte Staatsanwaltschaft in New York auf ihn abgesehen habe. Was wird ihm vorgeworfen? Nun, tatsächlich wärmen sie nochmal einen fünf Jahre alten, eigentlich längst geklärten Rechtsstreit auf. Dabei geht es um den Fall Stormy Daniels, bzw. Stephanie Clifford, wie die Pornodarstellerin mit bürgerlichem Namen heißt, die im Jahr 2018 Klage gegen Trump einreichte, um einen Vertrag aufzulösen, der sie zum Stillschweigen verpflichtete. Konkret sollen Trump und Clifford im Jahr 2006 eine Affäre gehabt haben, womit sie zehn Jahre später, im Oktober 2016, also direkt vor der Wahl, an die Presse gehen wollte, um Trumps Sieg zu erschweren bzw. zu verhindern. Daraufhin zahlte Trumps Anwalt Michael Cohen 130.000 Dollar an Clifford und erhielt im Gegenzug eine Verschwiegenheitserklärung von ihr. Jetzt greift die New Yorker Staatsanwaltschaft diesen Fall auf und wirft Trump vor, von den Zahlungen gewusst und Clifford gezielt bestochen zu haben, um seine Wahlchancen zu erhöhen. Zudem soll sein Anwalt Michael Cohen die Gelder aus dem Topf der Wahlkampfmittel entwendet haben, womit die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung gebrochen worden sein könnten. Als im Jahr 1998 herauskam, dass der damalige Präsident Bill Clinton 850.000 Dollar an eine Frau namens Paula Jones gezahlt hat, um zu verhindern, dass sie ihn wegen sexuellen Missbrauchs verklagt, wurden nicht mal Ermittlungen gegen ihn aufgenommen. Also, auch wenn natürlich aufgearbeitet werden muss, ob Trump Gesetze gebrochen hat, ist doch relativ klar, dass das Ganze politisch motiviert ist, seinem Wahlkampf frühzeitig ein Ende bereiten und vom Bidenskandal ablenken soll. Es ist auch ziemlich offensichtlich, aus welcher Richtung dieser Angriff kommt. So ist der New Yorker Staatsanwalt Alvin Bragg, der die Offensive gegen Trump leitet, nur dank dem Milliardär George Soros in sein Amt gekommen. Dieser hatte letztes Jahr Millionensummen in Braggs Wahlkampf gesteckt und sich da mit erheblichen Einfluss über die New Yorker Justiz gesichert. Trump selbst hat gestern auf Truth Social darauf aufmerksam gemacht, dass der leitende Staatsanwalt von Soros kontrolliert wird. Und wie wir wissen, hat Soros mehr als 100 Millionen Dollar in Bidens Wahlkampf gesteckt. Er gilt zudem seit Jahren als der Strippenzieher hinter der demokratischen Partei, womit deutlich genug sein sollte, aus welcher Richtung die Attacke kommt. Und sie scheinen es tatsächlich ernst mit der Verhaftung zu meinen. Laut NBC bereiten sich zahlreiche Behörden auf die Festnahme und das erwartete Chaos auf den Straßen vor. Dazu Fox News. Mit Trump soll genauso wie mit jedem anderen Bürger umgegangen werden, heißt es. Es obliege dem Secret Service, ob er mit oder ohne Handschellen abgeführt wird. Ja, das ist nicht mehr als eine Verzweiflungstat, weil sie wissen, dass ihr Spiel bald aus ist. Wenn sie Trump wirklich verhaften, wird das seine Bewegung mehr einen als jemals zuvor und dem Ganzen eine neue Dynamik verleihen. Wie Elon Musk auf Twitter sagte, wenn das passiert, gewinnt Trump mit einem Erdrutschsieg. Und glaubt ihr, die Bidens werden bei der schwere ihrer Verbrechen um eine Gefängnisstrafe herumkommen, wenn sie Trump wegen einer Zahlung von 130.000 Dollar hinter Gitter gebracht haben? Nein, das wird das größte Eigentor dieses gesamten Krimis, mit dem auch der Name George Soros endlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Es wird Zeit, die Strippenzieher an den Strippen ihrer Marionetten auf die Bühne zu ziehen. Wir sollten bei dem, was in den nächsten Tagen geschehen wird, gelassen bleiben und aus der Vogelperspektive betrachten, wie der tiefe Staat den Ast absägt, auf dem er selber sitzt. Ich halte euch dabei natürlich über Telegram auf dem Laufenden und melde mich in Kürze mit einem weiteren Bericht bei euch. Ja, ich bedanke mich herzlich bei jedem, der sich entscheidet, meine Arbeit zu unterstützen und mir ermöglicht, dieses Projekt auch ohne Werbepartner fortzusetzen. Falls ihr meine Arbeit mit einem kleinen Betrag unterstützen möchtet, dann findet ihr einen PayPal-Spendenlink sowie eine Kontoverbindung direkt unter diesem Video. Ja, mich würde es freuen, wenn ihr auch zum nächsten Bericht wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem ihr in das Video schaut. Ciao! Ciao! Ciao!